Okay, nice. Okay, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Und, äh, ja. Mal sehen, wer alles zuschaut. Vermutlich keiner, aber... Oh, ich hab meinen Restream-Shirt ganz vergessen. Restream, Restream, Restream... Äh, da. Ähm, so. Okay, gut. Okay, gut. Ähm. Das mal sehen. Ah, ist doch auch kurz. Moment, Shirt, kurz. Hm, 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 hm. So, wir spielen heute The Thomas Principle. Ein paar Custom-Maps. Ich hatte das tatsächlich vor lange Zeit auch mal gemacht. Aber irgendwie finde ich die YouTube-Bideos dazu nicht mehr. Deswegen, ja, spiel ich einfach die letzte... Ich hab einfach mal... Ich hab jede Custom-Map irgendwie da. Keine Ahnung, also... Mal sehen, welche ich da spielen werde. Wie lange ich spiele. Ja, ja, ich bin heute mal alleine. Eigentlich wollte ich mit Tadama streamen. Aber der... will irgendwie so ein Poker-Turnier machen. Und deswegen, ja. Ich weiß nicht, ob die sich melden wird. Vielleicht später. Ich bin jetzt drin. Ich bin jetzt da... Mein Lieber. Wie lange ich lingere? Wie lange ich? Wie lange ich? Wie lange ich zurück in die Woche. Wie lange ich rede. Wolltest du nicht skippen? Ich sehe genau deinen Chat. Ja, guck genau mein Spiel rein. Das ist nicht cool. Ja, jetzt wird es angezeigt. Justin Burksch... Mal starten. Wie es aussieht, muss ich kurz wegen den neuen Inhalten noch mal schnell das Spiel neu starten. Wie gesagt, ich habe jede Kaste mehr runtergeladen, weil es gibt nicht so viele. Gibt es zwei Stück oder so? Ah, jetzt gibt es auch. Ah, seht ihr? Ja, jetzt haben wir ein paar da. Äh, Startabagger, Connection, wow, 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 alter. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem obersten an, weil... Weil Baum... Weil Baum nicht cool sind, genau. Äh, ja. Bäume sind cool und deswegen machen wir einfach das oberste. Warum steht da oben ein? Eine Person ist heute mit dem Poloklapper getreten, stimmt nicht, aber na gut. Ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert, weil ich keinen Bock habe. Das Handy ist noch nicht so gut. Lass es mal sehen, es ist auch einer da. Da... Das fühlt sich an wie so ein... Das ist gerade absichtlich, ja. Äh, das ist gerade irgendwie wie... Äh, wie? Aber das ist ja... Das ist ja wie bei der Tagespusser bei der Computer. Was soll denn daran jetzt besonders sein? Was soll denn... Ich lese das nicht durch? Nein. Ich lese das nicht durch. Ich lese mich jetzt auch ein Intuitiv nicht durch, weil ich den Bock habe. Guck mal. Äh, die Dinger sind ja gleich in den Tab verfügbar, deswegen mache ich das auch so. Oh, ihr seht ja. Gut. Ähm... Guck mal den Tab. Ja. Okay, Tagebuch. Tab. Hm. Ich dachte, die... Irgendwie wären es jetzt doch nicht verfügbar. Okay, gut. Und meinetwegen schaue ich jetzt doch noch mal rein. Hä? So deaktiviert worden? Ja, wo ist da denn...? Ja, mit... Warum die nicht existieren. Ja, ja, normalerweise wenn ich hab halt so viele Zuschauer, weißt du... Ja, ja, normalerweise wenn ich hab halt so viele Zuschauer, weißt du. In dem Fall gibt's gar keine. Aber hinterher kann man sich auch noch ansehen, es wird ja aufgezeichnet. Wenn er in der Wattelinsdorf steht, ist er immer warmbrechende Indie, ja. Blablabla, bring the moment. Wenn er die Kiefer stellt. Du musst über diese Rätsel nachdenken, sagst du dir, welches Rätsel ich dir nicht offenbar trage. Du sächelte die Zahnräder in ihrem Kiefer ächzen. Trost, ihr linkes Auge zitterte, aber ihr Schrecken blieb unvermündert. Ruinen waren still in der Hand. Ich glaube, sagte sie schließlich, dass das Rätsel, das du mir nicht gezeigt hast, folgendes ist. Warum gibt es diese Rätsel überhaupt? Warum verhalten sich seltsame Automaten? Warum zwingen sie mich, diese komplizierten Lösungen zu finden? Das alles ist ein Rätsel, aber das größere Rätsel ist ihr Zweck. Finkel antwortete nicht. Die Auge war nur, nun leblos. Athene nahm es aus, seinen Sockel, wohl wissend, dass seine Macht ihr dienen würde. Der Tod dieser angst einflösenden Kreatur bereitete ihr gleichzeitig große Trauer. Nachdenken, auch sie aufstrengt mich nur bald eine gute Archive. Alter, vergiss es. Ehe nur so allgemeine Informationen. Äh, würde ich wissen jetzt nicht. Okay, hier brauche ich auf jeden Fall eine Teil, und äh, das ist hier. Kollision. Ey, wieso Play fehlt mir? Ich hab doch Play. Wieso? Wieso fehlt mir da Play? Weil ich hab, äh, Carlos muss ja bestimmt nicht viel fett gespielt. Warum fehlt mir Play? Alter, muss ich das so schnell lösen? Alter, das ist ja nicht normal. Alter, guck mal an der anderen Seite. Ach, das ist ein Scheiß. Ich bin dann immer davor. Überall ausgetroffen. Also egal wo ich bin. Schauen wir dir mal zu. Du bist ab und dann kann ich ran. Du musst schnell genug sein. Äh, na gut, ich hab Siegels auf Edeln gespielt, das krieg ich schon hin. Aber, ich... Haltbeschränkungen, Alter. Haltbeschränkungen, Alter. Alter, ich muss ja sofort wissen, wohin alles kommt. Haltbeschränkungen, Alter, ich hab's. Wohin muss einfach nur fucking Glück haben. Und wieder. Komm mal wieder. Ich muss ja komplett alles richtig machen. Instant, was ist das für eine schwere Map. Ja, das ist ja nicht mehr rätseln. Das ist einfach nur einsetzen. Oh ja. Ich muss nicht zu lange entscheiden. Ich mache das so leer, als wenn ich mich nicht entscheide, dann kann ich das nicht korrekt einsetzen. Alter, warum kann ich das nicht verhalten? Jetzt muss ich es wieder neu machen. Wenn ich es nicht probieren kann, ist das so schwer. Alter. Alter, schneller, schneller. Alter, wenn ich das jetzt gleich nicht schaffe, dann brauche ich die nächsten Web. Ich probiere es noch ein, zwei Mal und dann eine andere Web, weil das ist echt zu hart. Alter, das ist echt zu im Fernseher vor dem... Alter. Ich habe schon von zwei besonders grauenvollen Wissenschaftlern entwickelt. Ich habe schon ein paar kackt. Ich könnte gleich warten. Schauen wir mal, was hier noch ist. Alter, warum habe ich das nicht gesehen? Alter, es gibt zwei. Ich muss noch richtig machen, wie es aussieht. Ich glaube, es ist einfach an die Reise nach ein paar Minuten. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Alter, das ist natürlich ganz hart. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Oh shit, das ist unmöglich. Der Mapersteller. Aber er kann nicht mehr. Na gut, ich probiere es noch auf den Ventilator zu holen. Alter, wie macht denn das? Ich weiß nicht, wie wir uns wunderblicken. Komm ein bisschen vor. Alter, ich stand doch nur hier. Ich weiß nicht, ob der mich da gesehen hat. Alter, ich hab mich da nicht mehr. Nein, nicht die. Die ist schrecklich. Machen wir mal ne andere. Machen wir mal die Data Backup. Mal sehen, vielleicht ist die besser. Ja. Das stimmt. Ja. 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 Type start to progress and exit to stop the program start. This data acquire result program led us, please insert the correct passcode of the selected recording information to resolve all data or we will break up the file. Eh? Eh? Okay. Oh, I'll just see the automatic recognition, or how? It's not quite so. Eh? 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 It's not that good. When you see our star, found the distance. Try not to reach it. You still do get help from a person... Okay. Okay. Was Elohim? Alles klar. I don't care. Alles klar. Leveled. Stay a zone. Okay. Ja gut, ähm, probieren wir einfach mal ein, soll ich sagen. Ah, hallo und ich, ähm, hui, war ja. Oh, Haltbottel. Danke an dich für den Follow. Oh, Alter. Ich hätte vielleicht einen Leiderstellen sollen, das ist gar nicht richtig los. Aber lange an dich. Ja, ich spiele gerade hartstens im Custom Level, alles so. Äh, ich hoffe, das Spiel wurde auch geändert, also... Ähm... Warte, ich komme wieder mal... Irgendwann fange ich weiter. Äh, wie... Ja, ich hab Puzzle, weil warum? Ich bin ein Puzzle-Fan, weißt, ich hab alle Spiele, die mit Puzzle zu tun haben. Naja, fast alle. Viele. Sehr viele. Was ist denn das? Na ja, erst mal... Na ja, erst mal tschüss, dann geht's raus. Okay, das ist jetzt durch. Jetzt der hier... Let's not continue? Actually, I'm my favorite. We like it. Ja, das ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Um, like the flight. Kannst mal kurz, äh, irgendwas übersetzen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es selber übersetzen kannst. Aber verstehe, er hat geschrieben. Oh, das war jetzt eigentlich mein Lieblingsspiele. Also, das ist mein Liebling. I really like the flight. Das heißt, was meint er mit flight? Ja, such mal. Okay, gut, ähm. Ich weiß jetzt gar nicht weiter. Jetzt, das passt schon eher. Warte mal, wie komme ich denn denn da durch? Ich weiß nicht. Das hier geht kein Sinn. Oh, ach so. Äh. Ich weiß nicht, dass ich das lesen. Ja, ja. Du mal komplett den kompletten Satz nehmen, weil ansonsten, äh, wegen dem Kontext können wir das sonst nicht verspäßt werden. Er mag wirklich diesen Flug. I want you. Naja, aber das heißt, das heißt ja in dem Fall was anderes. Das heißt ja in dem Fall so viel wie... Er mag wirklich diesen... Ich kann's nicht sagen. Also, das ist klar, Flug. His flight ist Flug. Aber in dem Kontext heißt das halt was anderes. Und ich glaube, weil es gibt ja der Google-Besitzer das Richtigste. Aber auch wenn ich den Flug derrick da kann. Oder oder? Gut, oder was? Ich nehme mal das mit. Ich mag den Flug, den ich dich will. Wie jeder weiß, ist Google übersetzer Scheißen sowas. Also, das hat uns jetzt wie geholfen, wie wir sehen. Na ja, er ist eh wieder gegangen. Ja, Scheiße. Ja, Scheiße. Das ist schon gar nicht schlecht, das hier, aber ich bekomme den halt ehrlich raus. Da komme ich doch. Ah, okay. Noch ein bisschen. Sehr, sehr. So, so, und so. Äh, ich hab's fast, aber ich weiß. Ich muss den hier blockieren, dann... Das nimmt den, steht da drauf, und dann hab ich's... Alter, ist das ne schwere Geburt gewesen. Okay, also das ist echt schwierig. Ich hab's trotzdem ein paar Minuten für das gehabt, also wohl noch nicht schwer genug. Ich würde bloß nicht so groß reden, ich finde nicht, dass da noch was viel schwereres kommt. Ja, es kam ja schon, das erste hab ich ja schon einmal aufgegeben, was... was mit zu tun wurde. Ich würde den ganzen Weg zurückgehen. Mal mit den, mit dem ganzen Stuff. Ich würde den hier öffnen. Ich kann den hier öffnen. Jetzt kann ich... einfach sie hier gerade legen. Ich muss den hier öffnen. Hier war das nicht ge ließig, geht drauf! Den stellen wir auch mit rein. Und damit haben wir zwei von denen. Der ist nicht so flüssig wie mir auch, glaube ich. Ja, das ist irgendwie... 25 Minuten. Habe ich schon den Rekord Button gedrückt? Ich habe keinen Rekord Button, ich habe eine Tastenkombination. Wie ist die denn ausgeführt worden? Verstehe ich. Erstmal muss ich da wieder raus. Oder durch. Was ist jetzt denn mit denen hier? Das ist immer noch schnell genug durchlaufen. Nicht dass hier... Was ist jetzt gesperrt oder was? Was ist denn mit dem Rekord Button? Was ist denn mit dem Rekord? Was ist denn mit dem Rekord Button? 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 Ich glaube, mit den nötigen Mitteln, die ich hier zur Verfügung habe, komme ich hier nicht weiter. Es sei denn. Ah, stimmt. Shit. Ich habe ganz vergessen, dass es ja aktiviert sein muss, muss es ja so sagen. Ich kann auf jeden Fall mal durchgehen. Und zwar, was ist denn, wenn ich hier den da hinten so sperre? Das funktioniert ja, glaube ich. Ja. Einsch. Erstmal durchbewegen. Alles auf der anderen Seite freigeben? Aber wie komme ich denn da durch? Dann da durch. Ich meine, klar, ich könnte den nehmen und ich darf das hier sperren. Dann würde ich da reinkommen. Aber ich kann halt dann da vorne logischerweise nicht durch. Der muss ja auch gesperrt sein, dann kommt er ja gar nicht anders durch. Ja, scheint so, als würde ich erstmal hier nicht weiterkommen. Ja, ich schaue dann später mal wegen dem Stern noch. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie was, wie ich den bekommen kann. Aber erstmal lasse ich es mal dabei. Also nochmal so ein... List. Ah. Willkommen zurück, User. No more blablabla. To the lands of Irogin. You may wonder, why you woke up in this land. Do you wanna see how in this landaufbachs? The landaufbachs. You upgraded my own hands. The breaker challenge. I have converted it with you. You were ready for a land before you arrived. You failed. But don't give up. Yet. Here it's still a sparkle. That's sitting in your eyes. Believe with me. And let us wonder, how your minds can change your humanity. There can't be only one chance left before you describe it from your words to a darker place. Without hope and freedom. Take my offer to make me and yourself prove out of you intelligence. Leave this world behind you and start a new life. Yeah. No, I can't do it. 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 Uh. Do what? The... Some get rid of Irogin guy. He always... Error cannot open fire correctly. Please check the backup fire. Hehehe. Hehehe. Just leave me current backup xml. See that I can't. Warning. Administrator pass keynot in one. Cannot restore backup data. Please confirm your identity by unlocking the overall security. Mach an this one. Mach an this one. Ok. Hier, hier geht's. Kann sich auswählen. Cool. Was? Also. Schon ein bisschen stört ist, dass die FPS hier echt down droppen. GPU-Geschwindigkeit. GPU-Geschwindigkeit. Das ist nicht... Warte von mir. Ich mein, die GPU holst du es. Nein, das kriegen wir irgendwas, was im Spiel zusammenhängt. Deswegen... Dreh ich das mal runter. Wieder. Jetzt ist es jetzt flüssig. Ja, jetzt ist es echt viel besser. War nicht mehr ganz so hart mit der GPU, aber... Jetzt, jetzt. 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 Der FPV ist schon besser. Dann. Jetzt. Jetzt. Ähm. Hä? Hä? Trink mir nicht besonders viel irgendwie. Trink auch nicht viel, weil ich da nicht reinkomme. Ich schaue mir auch an den nächsten Punkt. Ja. Das geht jetzt an, aber gut. Ah. Irgendwie ist das jetzt grad ganz so wie ich mir das vorgestellt hab. Aber ich weiß, schau mal da, ich kann hier so hingehen. Okay, gut. Ich bin nervös, was jetzt passiert, was jetzt passiert ist. Ah. Haben die Kabel irgendwas zu bedeuten? Weil irgendwie... Hallo. Wie geht's doch? Ja. Ja, ich bin ein bisschen total aus dem Selle. Einfach ein bisschen Zeit gehabt. Oh. Oh. Ich bin fertig. Ich bin fertig. eigentlich würde ich betal haben, hat ein bisschen vordelzeugen, aber er wollte lieber Poker spielen. Also, naja, nicht mein Problem. Was? Ich freue mich gerade, ich habe, ich erreiche hier gerade so viel, ich bin echt, ich habe echt viel Skill, Alter. Ach man! Guck ich denn da rein. Was ist das geht, wenn ich den da hole? Und was geht, wenn ich da einen roten hoch schieße mit dem Würfel? Also, das ist eher so ein Schlussteil. Okay. Der bringt mir erstmal noch gar nichts. Ja, das Ding geht natürlich nicht rein, aber wenn ich da was drauf stelle, kann ich ihn ja wenig mehr verbinden. Ich da drauf stelle, was passiert dann? Ich meine, geht das ja. Dann öffnet sich das. Immerhin weiß ich jetzt mal Bescheid, aber ich kann das nicht dauerhaft offen halten. Brauche irgendwas? Brauche irgendwas. Wie kann ich das denn auf Dauer erzählen? Nein. Nein. Hä? Aber hier ist doch gar nichts mehr. Das bringt mir alles nichts. Ich glaube, ich komme hier später mal nochmal zurück, weil irgendwie ist es gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein. Das ist ganz und gar nicht wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ganz und gar nicht wie wir es mir vorgestellt haben. Das ist gerade echt nicht drauf klar, also. Ich habe keinen Plan. Wie soll das funktionieren? Stell die sich denn da vor? Also, was stellt der sich denn da vor? Na gut, ich komme später mal nochmal zurück. Hier, wo mal weiter würde ich sagen. Äh, da bin ich hierher gekommen. Das habe ich auch schon gemacht. Und auch geschafft wenigstens. Ich komme da näher. Rewards will bring, äh, rewards will bring endless, fully manned, but the next, äh, äh, exploier, for too long, will unagently you form you great miserably. Elohim. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Okay, da ist es auf jeden Fall diesmal durch. Vielleicht komme ich ja hier diesmal durch. Warten. Ding, da ist wieder mal ein Stern. Na, der ist mal wieder doppelt gesichert. So gemacht, finde ich. Aber schau mal, hier ist quasi einmal der Stern. Äh, der hat das normale Teil. Und wenn du dann zum Stern willst, wirst du noch einen, 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 einen Schritt weiter denken. Also, okay. Oh, ich habe nur noch die ganze Scheiße noch nicht ganz durchgelegt. Ah. Okay. Okay. Das ist ja logisch. Wie soll ich das dann raus, ob ich es sich da raus holen? Ja, das ist so toll. So, wir haben jetzt viel gebraucht. Ich bin alleine ran. Aber das hier ist abgetrennt. Ich bekomme hier nichts rein. Ich brauche hier einen blauen Strahl. Stell mal da hin, vielleicht kriege ich ja irgendwas. Da ist ein blauer Strahl, aber... Ah, bringt mir einen Scheiß. Naja, ist halt so. Da kann ich einen rüber transportieren, aber ich kann einen nicht mehr zurück transportieren. Gefährlich. Gefährlich. Ich bin besser durch. Das ging nicht. Ah, ich hab... Okay. Wenn wir den Würfel mal rausholen. Okay. Jetzt kann ich da wieder zurück. Okay. In meinen... In meinen hab ich jetzt mal irgendwas erreicht. Oh, ne mehrere. Kann ich einen blauen Strahl abgreifen? Hier muss ein roter Strahl rein. Aufstellen? Ja wahrscheinlich zu einfach, deswegen geht das nicht, aber trotzdem mal. Ja... Sind Discord kommen? Ja... 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 Hat er weiter, schreibt einen Moment. Ah, das ist geil. Nicht mal schlecht, dafür, dass es Hadamard ist. Ich habe mir gerade geschrieben, woher weiß ich, dass ich Linkshänder bin? Ich habe mich für Linkshänder und habe mir geschrieben, wenn mich jemals ein Lehrer fragt, weißt du, was ich über die neue Rechtschreibung, wenn ich schon jetzt ein Lehrer fragen sollte, was ich über die neue Rechtschreibung gelernt habe, sollte ich antworten, aber ich bin doch Linkshänder. Rechtschreibung, also rechts. Ja. Okay, hallo? Hi. Ja, Hadamard hat sich verpisst, so ein Pokerspiel. Eigentlich wollte ich mit dem ein bisschen Bordel zocken, aber naja. Ja, habe ich schon damit bekommen, aber er wollte pokern. Bring, sehr knoppig. Oh, warum ich erwarte das so ausbesehen würde. Ah, ich bin nicht so wunderschön. Ich brauche noch nichts. Ja, es ist das Wenderville. Warte mal, vielleicht kann mir das auf der anderen Seite was helfen. Ja, was los ich war gerade vorhin. Den kann ich mir mal mitnehmen, das könnte vielleicht... Warte mal, komm gleich wieder. Okay, was das? Okay. Okay. So. Wird irgendwie abgeblockt vom Springen. Ich glaube, der Typ hat hier irgend so ein Sicherheitssystem eingebaut, dass man nicht höher springen kann, als es nötig ist. Das war scheiß. Okay. Ah, ich sehe es gerade. Wird es irgendwie automatisch mitgehen oder was? Wird es sogar automatisch mitgehen oder was? Ah, es wird schon weiter. Okay. 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 Would so? Wo ist es das? Das bringt mir alles ins Scheiß. Oh, ich weiß. Meinen. Hat doch ein Gewicht. Warum brauch ich hier so lang? Ich muss hier nur noch was umlenken. Ich muss hier nur noch einen blauen Strahl rein kriegen. Alles geht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Kannst du mich eigentlich gut verstehen? Oder bin ich hier ein bisschen zu leise? Du bist ein bisschen zu leise. Moment, ich stell dich mal. Ich hab mich hier ausgesperrt. Ich bleibe auf der Strahl, okay. Damit hab ich's verschissen. Ach shit. Ach man. Aha. Ich könnte den wieder nehmen, aber rücken glaube ich nix. Aha, nein. Warum? Moment, ich leg das locker. Was? Hallo? 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 Ja, was denn? Ich möchte, ich möchte jetzt nicht so laut reden, weil ich sonst schreien würde. Soll ich lauter reden oder geht das so? Geht so. Toll. Ich hab den Schalter anscheinend doch irgendwie umlegen können. Habe ich das jetzt gemacht? Na gut. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber naja. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber naja. Erfektor nehmen. Elektronen nehmen. Schaue ich nur noch einmal den... den anderen. So, was ist denn los? Hallo Tess, kannst du mich noch hören? Ja, ich kann dich hören. Alles gut. Ok, wir sind die Verbindung getrennt. Bei mir stand da gerade die Verbindung getrennt. Merkwürdig. Wer die Verbindung getrennt? Bei mir stand da gerade bei Discord Verbindung getrennt. Wer die Verbindung getrennt? Stand? Stand, also du hast es nicht getrennt, also es ist wirklich gar nicht mehr. Wie soll ich eigentlich so? Wer will so gucken, ich bin eigentlich auf dem Handy. Wenn ich es eigentlich auch auf Remarker kann. Kann auch noch, weiß ich nicht. Sag los mehr. Ah, ne. Äh, äh, äh. Okay, gut. Das war X. Sonst habe ich es nicht gefunden, weil... Ähm. So, ja der Rest heute ist eigentlich... Da hast du glaube ich meinen Kanal geladen oder? Ja. Ja, aber ich habe gerade das den Leistung angeklickt und dann kann die das Intro. Nein. Vielleicht aber das ist ein anderes wieder angeklickt. Kannst du da von was hören? Von was? Nein, dein Stream kannst du denn gerade hören. Ach so, ganz leise. So ganz, so ganz, ganz minimal. Ich kann das alles zum Glück über meine, äh, meine Review steuern. Jetzt? Äh. Ja. Absolut. Ich muss jetzt mal gucken, äh, wie das gerade mit meinem Video das alles steht. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu meinen Videos geguckt. Ja, das passt. Das ist jetzt offen. Da kommt nochmal rot. Ach ja. Zwei Minuten Streams, äh. Ach verdammt, ey. Da ist mir irgendjemand die ganze Zeit weggegangen. Was, du hast... Stimmt, du hattest doch mal irgendwie einen Stream gemacht und dann... Was war da nochmal? Ich habe schon mehrere Streams gemacht. Ich habe sogar 50 Minuten Stream mit Clash Royale gemacht. Oder auch einen 22 Minuten Stream nur, weil er da ist irgendwie... Naja, aber du deinen Streams nicht irgendwie so lang, wie gerade mal meine Folgen lang sind. Okay, der 50 Minuten lasst du dir, weil's... Naja, ein bisschen länger, aber... Äh, weißt du was ich meine? Ja, aber hier fehlt irgendwie was. Hier fehlen noch ein paar Folgen. Also als erstes müsste ich mal ganz kurz Videos... Also die Streamversuche von... Äh... Nicht löschen, ich erstelle sie nur runter. Und überarbeiten... Ähm... Dann schon zerrücken sie sich natürlich auf. Mein Gott. Geht's. Aber da fehlen sie trotzdem noch Folgen und ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich hätte doch... Oder? Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Ist das gleich... Ah ne, doch nicht. Es sind alle Videos da. Das Platzkimmer... Ähm... Da ist mir dann gleich das Server abgeschmied, oder? Ja, privat... Ja... Das ist jetzt alles privat. Gut. Jetzt ist der 50 Minuten Stream online, der 22er und dann noch die ganzen letztlichen Videos. Ich muss... Äh... Du kannst nicht rein zufällig ein Intro für mich erstellen? Kein... Warte, kommt davon was für ein Intro? So... Also einfach so ein YouTube Intro, so ein einfaches, also... Ich kann... Ich mach auf jeden Fall keine... Ich mach auf jeden Fall keine... Ich werde schon nur ein 2D Intro, also keine... Ich... Ja, 2D reicht auch. 2D reicht auch. Hauptsache Intro. Ich kann mir auch den, ähm... Den Musiken haben, sagen, den wir mal einfügen können. Also jetzt... Okay? Gut. Ich sag dir dann auch so ungefähr, äh... also so ungefähr an welcher Stelle du machen musst. Ja, mach... Sag mal das dann später. Ja. Also wie gibt's wir denn damit? Ja, cool. Jetzt hab ich die hier auch durchbekommen. Aber was ich sagen kann... Äh... Ab, ähm... Ich glaub den ersten... Ja... Clash Royale Video war das glaub ich... Ja, bei Clash Royale Video... Hab ich das erste Mal... Das erste Mal richtig geschnitten. Das heißt also wirklich... Ich hab mir auch ein bisschen Mühe dabei gegeben beim Schneiden. Okay. Naja... Ich... 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 Die antigien Szene rein. Und... Und am Ende lass ich halt das Auto rauf spielen. Und damit spare ich Schneidezeit. Okay. Aber ich komm jetzt gerad hier nicht weiter eigentlich... Was vor spacesch? Ah, es leckt gerade bei mir jetzt. Du hast dich bei mir auch an wie ein Robot machen. Äh... Der Roboter Marvin. Der ist erhältlich für nur 99.000. Product Placement. Ach ja. Ich weiß nicht, was hier auch an den Roboter sind. Das funktioniert. Der Roboter Marvin. Oh, ich muss gerade sagen, quasi jeder von diesen Videos nicht gerade so gut. Das wäre nur 720p natürlich. Was ich krass finde, ich kann einfach mal 27p-Videos erstellen. Das ist schon eigentlich für mein Verhältnis schon relativ viel. Wie, 720p nur? Warum das? Ja. Ja. Wie gesagt, für meine Verhältnisse ganz schön viel. Ja, die Frage ist, wie viel unterstützt denn überhaupt dein Handy? Wie weiß ich gerade nicht. Oh. Weil wenn du 720p nur hast, wenn dein Video viel mehr hat, dann brauchst du, dann ist es nicht so cool. Also wenn, oder wenn dein Handy eigentlich bessere Auflösung hat. Also wenn dein Handy eigentlich bessere Auflösung hat. Das wird nicht so cool. Ja, ich habe gerade nicht viel Lösung, als ob jetzt hier alles funktioniert. Dann wäre ich die oben drauf nochmal. Ach so. Und ich hätte vielleicht, das ist mir gerade so angefangen. Ich hätte vielleicht eine Idee, da wo du vorhin aufgehört hast, da wo du also gedacht hattest, dass du jetzt weiter gehst und bei den anderen guckst, wie du das machst. Also ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Was? Zu dem Abteil, wo ich schon in den Stream gekommen bin. Ja? Ich glaube, ich habe dafür die Lösung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, gut, das wäre... Also hier komme ich jetzt nicht weiter, aber ich bin zwar jetzt gut weitergekommen die ganze Zeit, aber jetzt ist es bei mir, dass ich weitergekommen bin. Gut, aber wenn das wirklich die Lösung ist, aber ich hätte erstmal die Frage, kann man durch diese Zäune halt diesen Laser durchschießen? Durch, äh, du meinst, hier im Stream? Na, also durch diese Zäune mit diesen Zacken da. Eigentlich habe ich hier keine große Verzögerung. Ach ja, ja, genau, diese, äh, diesen Zahn meine ich. Also, ja, geht anscheinend nicht. Gut, dann hat sich das, äh, erledigt, dann geht's doch nicht. Dann habe ich doch keine Ahnung. Ah, ich dachte, jetzt, ähm... Äh, ich mache mal, ich mache den mal später, halt. Ah. Ich habe mal 130 Benachrichtigungen. Ich habe viele Schöne, ich mache mal 130 Benachrichtigungen. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr zurück. Ich habe nichts mehr verwege. Nein, es ist besser. Jetzt ist es besser. Ich mache die paar Mal. Ich habe die paar Mal. Es ist besser. Ich hab irgendwie gar nichts gefunden, was mir irgendwie helfen könnte, diese Kamatelböse und gar nichts. Okay. Hä? Alter, hier ist wirklich gar nichts. Zu, das ist zu. Hier ist er, aber da kann ich nicht hin. Auch so. Ich werde vergessen. X. War ich gerade? Ich werde zurücklaufen und dann komme ich hier durch. Darüber? Darüber? Was? Weiß ich nicht. Arbeiten? Okay. Okay. Vielleicht hat er vergessen, irgendwelche Schalter einzubauen, also dieser Laserschalter oder sowas. Ich hab ein Level, bisher hab ich ein Level geschafft und das war schon richtig. Also war schon ziemlich hart. Also ich glaub das war noch das Einfachste. Also ich glaub der Level noch richtig übelst. Schwerer. Aber ist jetzt Ursacheentscheidung irgendwo. Zwar besteht die Möglichkeit, dass... Ah. Kann man das noch machen, aber jetzt. Okay, gut. Ja. Oh Gott. Oh nix, das mir irgendwie hilft. Ich kann das sehr gut sein. Im Saft, das wir hier sind. Ja. Oh, hallo, Halle, Halle, ich dachte, du wolltest nicht mehr kommen. Ich weiß so fucking reise hier. Halle, Halle, Halle. Hi. Halle, 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 Halle. er ist fachig leise hier ein laut da gibt mir warum plötzlich gekommen wolltest du nicht pokern ja keine Antwort auch eine Antwort weil es schon dass ich jede menge sachen sage und dass ich vorhin noch erwähnt habe dass ich dir etwas verschwiegen aber marvin oder ich bin ich froh dass ich hier bin ich glaube er ist mehr froh dass ich mal wieder da bin oder kann durchaus sein ich will keine falschen behauptungen sagen ich immer noch wütend Gero ich war schon seit lange nicht mehr wütend ich fände es bloß ein bisschen blöd dass du da noch ein bisschen nachtragend warst was auch immer Ja, so geht's. Das ist gerade zahl das Principal Custom Maps. Okay. Ich glaube, ich stelle mal so drauf. Schau ruhig mal zu. Man, der, dieser, der Stelle macht tatsächlich immer schwere Maps, Alter. Das war schon lange mal her, dass ich noch etwas schweres gespielt habe. War lange her. Lange? 99 Jahre oder so? Ja, so wie lange? Okay. Ich dachte, wundersch. Hallo, Matt. Ja, was denn? Oh, ich bin auch wieder froh, mit dir zu reden. Ähm, danke. Hm. 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 Segen. Aber das switcht quasi das. Aber wie soll ich das? Denn ohne da zu sein, switchen, Alter. Ja. 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 Ja, ich kann doch nicht weiter. Ich stehe nicht ganz so wie ich das denn blockieren soll. Was ist das für eine fucking Welt? Ah, ich muss da gar nicht rein. Jetzt habe ich verstanden. Gar nicht notwendig. Du kannst eigentlich in einen kleinen Bereich dann an der Seite gehen, wenn der für nichts zu gebrauchen ist. Jetzt kann ich durch. Ich dachte schon. Ich muss die nur wieder rausholen. So, da haben wir beide wieder und noch einen Block. Okay, jetzt ist das was wir gerade eben gemacht haben nochmal. Hier geht's. Ähm. Okay, nochmal mit. So, da haben wir wirklich zwei neue Leute gefolgt. Oder ist das nur wieder, dass der Anzeige spinnt, Marvel? Einer hat gefolgt, aber nicht zwei. Also sie ist nur halb korrekt. Ja, 50% korrekt. Ja. Ja. Wie du mal. Ja. 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 Jetzt, mal 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 zu wissen. Ich bin jetzt ein level geschafft. Ich bin echt schade. Entweder bin ich eben auch so schlecht oder diese Levitten sind so schwer. Oder beides. Wenigstens bin ich realistisch. da da beginnt weil ich habe keine Aber ich schaue auch nur halbaktiv zu. Was ist denn das hier? Ah, Sachs, Sachs, das ist doch früher. Der Teori müsste das jetzt offen sein. Eloy, wenn du in dem einen Raum so gesuckt, du musst ja nicht alles direkt drin, du kannst ja hinterher zurück kommen und das Rätsel immer noch später lösen, wenn es dir jetzt nicht alles gibt. ich habe schon fast jedes übersprung na gut das passiert nicht okay ich kann mich nicht runter nehmen ist das problem er hätte ja schon wieder was gemacht damit man nicht drauf springen kann in dieser video ist nervlich mit seinen coolen fairy und soll ich spring hoch und ich stoße an der decke an das sieht man eindeutig die bringen mir halt nix du hast drei zuschauer zwei auf youtube und noch einen ja auch wenn noch eine ich weiß nur dass ihr zwei zuschauer also habe ich glaube Adamat guckst du auch auf youtube Adamat dann hallo an den zuschauer auf deutsch ich wünsche es wäre ein bisschen mehr los auf youtube dann könnte ich auch was gut in den chat machen oder so also an die schauer auf die 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 ich habe ein gewicht zu wenig ich habe gerade mal auf twitch geguckt und auf schützt gar keiner er wird nur du es war er laut laut in der zweite abhandeln ich bin es hat aber es ist bloß also bloß ich und altruhe also und Kostadu und ich als aber Moderator also als Zuschauer Also ja, aber Moderator natürlich gelistet Ja toll Naja, so ist wieder offen, das ist nicht das Problem, aber Und Twitch funktioniert bei dir immer noch nicht so ganz Laut Anzeige sind zwei Leute bei Twitch Ja, nur ich bin aber drin Jetzt nur noch einer Vielleicht hat er eine verlassen Hättet sie sich locht, oh ne, die reden mit mir gleich geerbohren Ist dir was aufgefallen? Achja, ich hab noch Kaffee hier rumzustellen Kaffee ist zwar kalt, aber ich weiß nicht, aber ich mag Kaffee sowieso, gibt ein bisschen kälter Was? Ich hab gerade geschaut wegen nochmal einen Chat, der ist gerade irgendwie nicht richtig erkannt worden und zwar Von der von Smartcast, also der von Hitbox Hitbox hat sich jetzt gewechselt zu Smartcast Und ja, ich hab gerade geschaut wegen Ähm Wusstest du das eigentlich? Was? Hitbox hat sich schon nicht Hitbox hat zu Smartcast gewechselt, wenn du eingibst Hitbox oder wenn du nach Hitbox suchst und dann auf Hitbox seite gehst, kommst du auf Smartcast Ok Ok Also, ich hab das mal gelesen in der E-Mail, die mir Restream geschickt hat Ja, genau So hab ich das auch gemerkt Die haben quasi, die Kanäle an und ich wusste davon gar nicht Ein Hitbox kanäle bei Respring wurden automatisch zu Smartcast gestellt Obwohl ich ja einen Moment sowieso wieder nicht drehe Weiß wer mal Was? Aber ich komme ja auch nicht weiter Wie viele Levels habe ich jetzt eigentlich schon Nicht gemacht, also Ich glaube ich bin am Anfang Oh ja, da war ich schon Den habe ich schon am Anfang gehabt Den habe ich schon am Anfang gehabt Auch hier fehlt mir ein Gewicht Ganz sicher, dass es nicht hier durch geht Und das geht wirklich nur da durch Kann sein, dass grad bei Hadamard irgendwie seine Mutter war Ja, da war seine Mutter Ja Ich weiß nicht, ob du uns jetzt hören kannst Sonst wollte ich jetzt so Also wenn sie uns nicht hören kann, dann wollte ich jetzt so was sagen, aber Wenn sie uns hören kann, dann würde es so sagen Hier kann euch niemand hören Gut Keine Sorge Das heißt, es ist deine Mutter gewesen, die du gar nicht magst Ja Naja Marvin So wie du würde ich es jetzt nicht gerade bezeichnen So als könnte ich denn doch nicht Hä doch Marvin Ich bin kein Unmensch, ja Hä doch Ich hatte das zwar mal vor ein paar Monaten so gesagt Aber mittlerweile würde ich das nicht mehr tun Ah 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 Wo vielleicht gegenüber dir, wenn wir Die Augen sprechen Marvin Aber du weißt ja, wie ich dann manchmal mit dir rede Ich brauche halt auch irgendeinen Weg, um mich gegen deine blöden Aussagen dazu wehren Naja eigentlich bist du derjenige mit den blöden Aussagen, aber ok Ich habe nur ein paar Scherze gemacht wollen Ah Naja gut Das mit dem Das mit dem, wie man alle Kriege verhindern kann Oder das mit dem, aber ich bin auch links hin da Das war beides nur mit Scherzen, ich wäre auch nicht weniger Ja, links hin, da war nicht ganz gut War nicht schlecht Wo kommst du ein Like? Like Aber hier weiß ich auch nicht, wie es weitergeht Gehen wir mal weiter Jetzt bin ich schon durch alle Level durchgegangen und hab gerade mal eins gelöst, also Na ja, meister Dank Sicher ist es da vielleicht keinen Block gibt oder sowas? Ja schon, aber den bekomme ich nicht Dazu muss ich einen Block haben, haha Hier, das Level Rätsel ist das einzige, was ich gelöst habe Da fehlt nur der Stern und an den komm ich auch nicht ran Ich weiß noch was Ich komm nämlich den Jammer nicht nach da hinten Komm den er noch nicht durchbewegt Also ansonsten, ich muss nämlich hier die einzige Wand hier jammen, man so Oder mit einem Gewicht belagern halt Nein, die Wand da hinten, da wo der Stern ist, da ist eine Wand und die kann ich nur mit dem Jammer wegmachen Auch schließlich Ja Und damit ich das kann, müsste ich den Jammer hier mit durchnehmen und was ich nicht kann Ja 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 Toll das hat mich eingesperrt Ja Ernsthaft Ja 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 Wie kann mich denn aussperren, Alter Ja Ja, ich sehe es gerade, dass du dich eingesperrt hast. Ich muss noch rausfinden, wenn ich mich jetzt wieder aussperren kann. Oh, das muss aktiviert sein. Wie geht es denn hier eigentlich so, Adamat? Hm, guck mal, Sprichwort gehört keine Antwort auf eine Antwort. Ach, der ist gemütet. Der ist gemütet. Vielen Dank. Oh, oh, oh. Geht das? Ja. Ha, alter. Das einzige was ich jetzt hier mal machen kann ist, dass ich hier das hier dahin stellen kann. Das bringt mir aber nichts. Ja. Oh ja. Das bringt mir absolut gar nichts. Actually... Vielleicht da schon mal? Nein. Okay, das level hatte ich auch noch nicht. Gut. Ich dachte schon hier jetzt gar nichts. Ich hab jetzt gar... äh... schon levels irgendwie nicht geschafft. Von, von. Und Marvin irgendwelche Fortschritte? Ja. Glaube ich. Kann ich nicht einfach... Was? Was ist das für ein Scheiß? Ach, Mann. Sorry. Das bringt mir gar nichts. Der kann nur das stören und das stören. Oh, Mann. Ich komm nicht dran. aus wir wollen ganz bisher stellen das war auch nichts bringen weil damit da kann ich nur den hier rein damit kann ich dann halt was anderes sperren voran sei denn ich würde da was rein stellen ok gut jetzt haben wir das hier offen ok gut ich trinke noch die platte wow wau trau dich mal diesen krassen übergang an raffeln props an den werkensteller wieso ja weil mir dauert zu müssen ach geil die kabel verbinden sich einfach mal nicht ja normalerweise lässt er das immer auf ein so eine stelle auch so ein grausteil gehen damit die so ineinander übergehen aber das hat in die fall nicht jeder machbar fehler machen jeder weiß diese fehler sind unverzeihlich wie immerhin hat er weniger fehler gemacht als du denn du hast bisher noch nicht mal ein map gemacht das ist wohl der größte fehler den man machen kann das ist eigentlich kein fehler aber naja ich will ja nicht deine trommel zerstören ja auch sehen wo sie doch filmen aber seiten sie ist nicht so kritisch das ist einfach ein map erstell der froh dass er sich überhaupt so viel mühe mit seiner map gibt und so gute brezel macht was so gute brezeln macht brezel geil glück ein weiter du hast du gut d heute alle schlechte alle schlechte das kabel hier war dass wir gerade gesehen hat war das kabel für den hier das heißt das kabel sollte gar nicht das drauf aber hätte er wenigstens so dass rüberfüllen lassen sollen aber na gut ja hier sind menschlich sie werden von einem marvin 19 9 begeben jetzt ist es offen ja tatsächlich aber das hat aber da auch okay das geht sowohl da drauf als auch da drauf das funktionieren alter und jetzt heißt es ist eigentlich eine koop-kampagne ist ja mal eine sache die sie immer einbauen sollten meiner meinung nach zumindest bei tars mit über zwei dann ich finde das ist mal eine sache die sollten einfach einbauen die fehler noch weil die haben so viel so gut gemacht so geht es im prinzip aber ich drücke halt den knopf nicht und wenn ich den knopf drücke geht das hier nicht auf ich wollte kaffee trinken mein kaffee ist schon eine wehr krass damals habe ich selbst übertroffen hast du eigentlich hast du eigentlich noch twitch und youtube offen warum warum nein marvin ich hab twitch und youtube offen nö so alles klar naja immerhin sehe ich deswegen nicht so klein aus einfach nur aus dem simplen grund weil ich es kann und sollte mal einen stream versagen habe ich immer noch einen anderen muss auf alles vorbereitet sein war doch alles ist das unwahrscheinlichste auf der welt weiß ich nicht siehst du kannst du dich auch nicht drauf haben wenn das ist doch heute ein dritter weltkrieg anfängt oder auf alle drei liest wird beides sehr wahrscheinlich war das ist vorbereitet auf alles ist vorbereitet äh nein das ist das ist alles muss auf alles vorbereitet sein sie frage ich ich kann meine die natürlich laufend du hast nie was oder mal wenn du bist du auch nicht mehr weil ich ärgere dich gerne hört ihn euch an hört ihn euch an hört ihn euch an er mag es auch leute keine sorge da steht drauf mag es aus einem simplen grund um dich dann letzten endes noch mehr zu ärgern deine eigene worte gegen dich zu verwenden darum mag ich es irgendwie muss man sich erwehren oder marvin meine worte er hat gelernt sie ist nur gesagt aber ich war wenn deine worte gegen dich habe ich doch eben noch gesagt und jetzt wundert du dich darüber dass ich das so gesagt habe sie juckt mich irgendwie nicht wieso soll es das du bist bloß der erste von den beiden der die worte gesagt hat heißt nicht dass du der allererste warst ja korrekt du hast mich jetzt auf allem unterstützt es gibt mehr als einen weg andere leute runter zu machen marvin glaub mir ich weiß seitdem du existierst seitdem du existierst weiß ich das wie nett du schon wieder bist fühl mich geehrt marvin bist du heute wirklich wieder nur im stream machen um mir mit komplimenten zu überhäufen nein ich mach einen stream damit ich ich mach einen stream damit ich total zum spiel kann und es ist noch dabei alles bringt mir alles nichts ich komme nicht weiter und sein weg aus mir einfällt ist sinnlose gespräche mit hama zu finden du nicht zu also schon wieder wird es auch richtig schlimm zu widersprechen wirst du mir etwa nicht zustimmen dass diese gespräche sinnlos sind ich würde eher inspiration für neue wege andere leute zu ärgern nennen aber so kann es natürlich auch hin tust du gerade was im stream ist was sagtest du ich hab grad hatte matt gefragt ob er gerade was im stream ist ja warum denn nicht was ist dein problem damit du spielst Gitarre im stream ich erst hatte streams ja wow Gitarre ist längstens unterhaltung ich glaube fast niemand möchte einen schmatz knorren ok ok marvin willst du dass ich mich mute ja ne so laut war es gar nicht jetzt ich hab's grad nur gemerkt weil dank irgendwas wurde es nämlich ein bisschen lauter und da hab ich ihn so n n n n also ich hab keine Ahnung n oh keine Ahnung ist das allererste Maler das bei dir in einem Video erlebe marvin wirklich echt nein das ist natürlich nicht lauter kopf das letzte Mal da gesagt der war bei uns bei portal 2 koop in irgendeinem stream das sehen doch wie ahnungslos wir in der einen Map waren und dann haben wir nicht mal eine Antwort gekriegt von dem Typen den du angeschrieben hast was war das gelöste und das hier hatte ich ja sogar fast aber nur fast oh scheiß du gass hast ein was machen ja bei den abonnenten und follower da steht was falsch wüssten 98 sein weil 1 wurde zu wenig gezählt rechnen mal 44 plus 46 sind 90 und dann zwei plus für okay das ist doch alles richtig scheiße ich hab mich gerade verzählt ich bin nicht derjenige dass die ganze zeit ausrechnen wird das macht im abendet warte mal kentowakien gibt es nicht der einzige wer hier naja sich damit erzählt hat ihr seid mit auch getan als es erwähnt hat ja ich dachte die zwei wäre irgendwie drei deswegen ich hab das gerade irgendwie Fertan und so Fertan und so das war mal wieder gut aus deutschland das war ein und so ich bin sowieso parking schlechten Mathe deswegen er schickt mir keine weiteren Rechenaufgaben nie niemals ich bin gar nicht mal so schlecht ich kann auf jeden Fall Format haben von Prisma das Volumen und als Flächeninhalten so ist alles ausrechnen ganz nur wenn ich über drei Stunden dafür Zeit habe ich hatte ich hatte nur 45 Minuten Zeit und ich war der erste der fertig war wenn du so gut in Mathe bist ich bin zum Beispiel nicht nein genau genommen genau genommen bin ich habe eigentlich überall generell richtig schlecht geworden dann macht man nichts also ich stehe auf jeden Fall Englisch 2 ich hätte eigentlich eins verdient würde ich mir mehr Mühe geben eigentlich ist es auch das wo ich wohl am meisten vorne bin und damit meine ich wirklich bei weitem okay die meisten Sachen habe ich mittlerweile nur noch vier und fünf ich habe eine Geschichte richtig schlecht weil bei uns die Geschichte wäre ein Megakader das war immer gar nicht okay Leute ich glaube ich probiere jetzt einfach mal alle Wände aus wie sich bewegen wenn da steht ein Movie in Malt müsste ich irgendeine Wand bewegen vielleicht das war eine richtig dumme Idee aber ich habe keine bessere ich weiß schon dass nicht ich derjenige bin der spielt ne ja ich habe auch nicht mich angesprochen ich weiß schon dass ich derjenige bin der spielt ne du hast gesagt Hala beruhiglich nicht so laut ist es jetzt besser? ach Gott sei Dank also für mich ist es absolut in Ordnung wenn Marviter mit einem Problem ist dann ist das halt so aber ich finde es absolut in Ordnung das geht ja du kannst nicht jedenfalls ein bisschen leichter und gespannt sein ich habe dich zu ich habe dich lauter gestellt weil du ziemlich leise bist im Vergleich zu der Gitarre gut warte dann machen wir es ganz einfach das 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 besser? ich habe mich ich habe generell alles dargestellt ich kann es auch so spielen ich kann es auch so spielen ich kann nur noch mal ausrasten ich will schon hören wie laut es ist also was du gerade hingemacht hast achso ich bin nicht ausgerastet das habe ich selbst erfunden ok das ist ziemlich laut das ist zu selbst erfunden es scheint aber manchmal nicht zu funktionieren zumindest war mir oft ist das Bild nicht mehr angezeigt das geht aber auch nicht oh ich habe schon Empfindlichkeit hochgestellt und jetzt ich kann es auch noch nicht das ist es ist es ist es Arvin, ich hab mal eine Frage an dich. Ja. Hast du eine Ahnung, was es alles für Gründe gibt, warum ein Stream einfach nicht funktionieren könnte? Wieso funktioniert ein Stream bei dir nicht? Doch, der funktioniert. Ich hab eher unwichtig, was ich anspiele, aber hast du irgendwelche Gründe für einen fallen. Äh. Nicht so direkt, ne. Ach, schade. Ich sehe hier gar nichts, ist auch hier viele Sachen, aber hier sehe ich nichts, ist gar nichts, was irgendwie irgendwas auslösen könnte. Ach, klar haben wir's doch. Ich sehe es nicht. Was soll das für ein komisches Level sein, dass man hier irgendwie nix machen kann? Oh Mann, das ist so blöd hier gemacht. Oh Mann, das ist so blöd hier gemacht. Doch, niemand hat gesagt, dass du das bist, oder? Wohl doch, gerade jetzt und zwar du. Ich hab wohl gesagt, ich bin noch nicht betroffen. Ich hab wohl gesagt, ich bin noch nicht betroffen. Ja, stimmt. Und da hast du es nicht gesagt. Stimmt. Na gut. Und ich hätte gesagt, ich hab in Erwägung gezogen sozusagen. Marvin, da musste Hadamard sogar extra nochmal gucken. Er muss nochmal extra gucken, was du gesagt hattest. Ach so. Ja klar, kannst du ja machen. Ah, leider unmöglich. Ah, leider unmöglich. Da lieg ich ja auch. Marvin. Ja? Eine Frage. Ja? Wir morgen nochmal wieder was gemeinsam streamen. ja wir tatsächlich war aber so hat es mir war es jetzt immer spezielles spiel weiß ja meine standardvorschläge Ate Kogama und sonst nix glaube ich ich hab sogar damals wo ihr eigenen Kogama Map erstellt habe ich sogar mal reingeguckt hast du sie auch gespielt? äh ne ich hab sogar was von meinem Handy deinstalliert weil ich irgendwie, ja, ne weil ich irgendwie ja dafür haben will, das hat damals skill ich, krass das ist mir genau das Gefühl von mir das sondert mich irgendwie an irgendwas, ich weiß aber nicht was jaaa von Gophika hast du wahrscheinlich seit dem 24 Stunden Stream noch immer genug, ne? ja, das war ja ich glaub ich hab ewig gespielt, du musst dir den Contra, den du bekommen hast gut einteilen in deinem Gehirn musst du es so aufteilen, dass es so, äh, das ist, äh, so lang ziehen, dass es, äh, längere Zeit jetzt erstmal reicht ich bin froh, dass ich wenigstens im Stream mache, überleg aber wenn ich das als Videos machen würde, müsste, würde ich ja, wenn wir ewig dran aufnehmen müssen, würdest du es noch weniger sehen das geht doch nicht, oder? Nein hier ist einfach gar nichts da ist 5 Zuschauer almost 5, dass 5 Zuschauer ja nicht ja wenn du da von zwei bis das heißt nur drei zuschauer wenn du mal wissen könntest nein ich meine ich habe mich eine weitere und ich muss mir doch auch noch abziehen es ist nur zwei jetzt ist nur noch einer nur bei youtube einer also jeder kann auch gerne ausschreiben und für uns ja alleine oder denkst du doch bei dem jahr ist das so weit gekriegt das ding jetzt auch aber ich kann halt nicht hinter es bringt mir absolut nichts ich mache es auf und dann ich kann halt nicht hin kann es halt nicht offen halten muss da rein das bekomme ich nicht raus oder ich muss irgendwas benutzen damit ich da rein aber das es gibt hier nichts es gibt nur die zwei konnektoren hier ist das ziel hier ist der stern hier ist nichts hinter ist nur eine ecke da ist ein button das 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 ist du schon länger getan, dass du mal abonniert hast. Ja, hab ich ja. Vorher war auch interessanterweise mal ein Dean-Fusha-Wall, der was geschrieben hat. Hatte ich auch noch nicht. Und wird eigentlich im Chat hier mal angezeigt, abonniert mal, wenn das so ne neun. Ja. Hast du das geschrieben? Ja, ich hab's geschrieben. Oh, sehr harte. Wieder fünf Zuschauer. Aber ich komm einfach nicht weiter, das ist so ne harte Map, alter. Abspiden hier. Da war ich ja gerade, da war ich auch gerade. Da war ich ja gerade. Weiter geht es nicht mehr, vielleicht auswendig. Da war ich ja auch gerade, da habe ich ja auch Wacken, da war das mal. Da war ich ja auch gerade, da habe ich ja auch Wacken, da war das mal. Ich bin übrigens leider, dass du vielleicht über dich geredet hast, Gero. Ah, ne, ist nicht so schlimm. Und jetzt tut mir leid, was ich über dir im Stream gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Weiß ich es nicht mehr. Nein. Das hast du auch selbst zu mir gesagt, zumindest hast du auch gesagt, dass ich im Stream irgendwie was gesagt habe, dass ich dich da, ähm, dass du zu mir fies warst da irgendwie. Okay. So. Aber darauf bin ich nicht wütend. Hä? Worauf denn sonst? Nix mehr, Gero. Ja, aber auf was warst denn du wütend? Was heißt ich? Ich habe ja schon Monas lang keine Gedanken mehr. Also ohne. Das ist einfach, ich habe, ich habe, keine Ahnung, ich beschäftige mich halt mit mir selber. Das klingt gar nicht richtig, also das klingt ein bisschen falsch. Ja tut mir leid, ich wusste jetzt nicht, was ich sagen soll. Und Tata, äh, Marvin sagt jetzt immer gar nichts. Ja. Ihr kennt mich doch. Nö, wer bist du? Gute Frage, ich kenne dich ja wieder auch noch nicht. Oh. 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 Mit dem geht der auf, mit dem geht der auf, mit dem geht der auf. Ah, ich hab's, Leute, ich hab's. Was für ein holy fucking shit, aber vielleicht, ich glaube, einer von euch weiß vielleicht schon. Alter, ist das schwer, was zum, aber gut, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, dieses Leder hab' ich jetzt. Ja, als erstes verbinden wir das so, jetzt ist das dauerhaft offen, genau. So. Den hier. Ja. So. Wenn ich noch meine Freundschaft und frage ich die Gelegte, die dann ab oder nennst du ja an. Hm, ich konnte die Freundschaft sich annehmen. Och, Leute. Ich hab' die Würfel. Ich hab' die Würfel. Ja, ich hab' die Würfel. Ja, ich hab' die Würfel. Na ja, eine schwere Geburt. und und ein extrem schwach Der Lütt, der Blut, der Blut, der Blut. Boah, scheiß die... Genau so ein fucking Stern, den man dann noch rausholen kann. Hast du meine Freundschaft schon frei gesendet? Oh. Ähm, ja. 2 von 6. Ja, wir sind wieder Freunde. Oh, Mann. So voll mit Motivation, ja. Ach, Alter. Ich weiß nicht. Das ist super. Das ist so hart. Das ist so hart. Warum betest du nicht zu Gott und bittest dich um Hilfe? Er wollte nicht an Gott glaube. Ich glaube auch nicht an Adorn. Trotzdem... Ähm, ja. Ja, du bist ja verrückt. Ey, Mann. Willst du das etwa abstreiten? Nein. Aber trotzdem war das nicht nett. Nein, ich dachte, du kommst jetzt voll klar. Ja, ja. Mein Wollig kam damit voll klar. Seit wann hab ich angefangen hat mit der Freude auch geschlossen, Marvin. Ir seien Freunde? Naja, mehr oder weniger. Irgendwie schon, ja. Oh, der war hart. Alter, ja schon. Mann, Marvin! Nimm's nicht persönlich an der Wart, ich hab's nur, keine Ahnung. Es ist aber immer so dismotiviert, wenn ich... ach egal, ich häng gar nicht drüber. Dismotiviert? Dismotiviert. Hast du gerade Dismotiviert gesagt? Der hat, ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das eigentlich sagt. Ich kenn mich mit dieser Sprache nicht aus. Gut, dann sprich Englisch, dann hast du's. Because Marvin won't understand me that way, you know, do you, Marvin? I have no plan what you say. Pfff, du... Ach, ja. Machen wir alt was, nochmal 17? Ja. Ja. Du musst es auch nicht langsam wissen, dass ich kein Englisch kann. Kann ich aber auch... äh... Ich glaub dir gar nicht. Du kannst bestimmt Englisch, ja, ja. Halt, halt, ihr bist schlecht. Ist da scheiße. Sorry, jetzt muss ich aber grad mal so sagen, ich bin, ähm, Seed-Klässler und kann bisschen... also, ich kann besser Englisch als du. Übrigens auch. Ja, wissen wir. Krass. Dann die Englisch, was ich kennen, ist das, was ich aufgreife. Das einzige, äh, die einzige Fremdsprache, die ich, äh, wirklich gar nicht kann, ist Franz-Türsisch. Ich übrigens auch nicht. Ja, ich glaube, ich wäre doch kein Russisch. Oder was ich jetzt noch schlimmer, dann muss ich Buchstaben hören. Russ ist ja noch schlimmer, man muss ja Buchstaben, also neue Buchstaben kennenlernen. er ist er bei mir ist er auf die erkennt hier schon auf bei Frank Prozent französisch sind die Buchstaben hier einfacher abcde und die Arsch die sie K L N N B Lü Kölner S R S D W W X Y Z Französisch lernen mit Hadamard und Doofakin Hashtag best, beste, beste Learning Chancen auf der Welt Auch wenn es kein Englisch ist Oder auch kein Deutsch Ich glaube, ich werde sogar gleich ein bisschen GTA spielen Philipp spielt auch nur noch GTA, stimmt's Marvin? Ja Ich bin aber besser, ich spiele es auf GTA, äh genau Ich spiele es auf GTA, ich spiele auf GTA, GTA Nein, ich spiele auf PS3 GTA, ha Das heißt, ich habe eine schlechte Revision Das ist doch schlecht, wenn du eine schlechtere Revision hast Nein, nein, habe ich gute Modder Treffe ich gute Modder Was laberst du? Was laberst du? Du hast richtig gute Modder? Bei was? Bei GTA? Äh Ach, musst du nicht verstehen Na ja, ich glaube Ach, ich glaube Schlafisch du Ich könnte auch müssen, weil es ist eben oder das heißt revelations spielen ich mache gerade nix und schau mal beim stream zu also mache ich was indem ich ihm zuschauer aber ja nicht mal fehlen du meinst du meinst du hast recht weiter hat ja auch der 1 1 1 wenig das kann man 9 Uhr wie wohl geht von 9 Uhr also Was ist denn alles los? Was ist denn alles los? Ah, was sieht das denn aus? Ohne die Rot! Ich will grad einfach vier Bild bei ähm, ich will grad einfach vier Bild bei Discord älter Einfach verbunden sein Dauer? Haben? Ja? Kannst du dir eigentlich vorstellen wieviel Arbeit es ist ein 3-Stunden-Video mit Zeitstempeln zu befüllen Warum machst du's denn überhaupt? Wenn ich 10 Videos zu allem zusammengeschnitten hab, darum Wenn ich schneller mein letzter Gothic hochrege, darum Marvin Hallo Martin Marvin, da ist mir grad was aufgefallen, krieg bitte den Owner-Rang zurück oder so Das haben wir weggenommen, als wir uns gestritten hatten, Gero Aber wenn du es wirklich willst, dann Also Marvin, du kannst ihn gerne wiedergeben, ja? Bin grad beschäftigt Musst du mich noch mal gut an? Dann bitte ich bis dahin hiermit ab Keine Sorge, dass da auch alle Berechtigungen Achso Kannst du den Owner-Rang nicht geben? Nein Ne, man kann gleichberechtigungen also man kann äh Leute, die das gleiche in welchem Hang haben, äh nicht den Hang auch geben Also es geht einfach nicht Ah, eh, eh, gut Außer man ist der Besitzer, dann geht es natürlich ansonsten nicht Äh, warte mal rein, kurz Punkt Nicht mal nur, ob ich scroll schreibe Das ist nicht mein Profilbild Schön dass Instagram Bild was ich gemacht habe So, Vakin, eigentlich wollte ich es dir überhaupt nicht sagen. Und jetzt tut es mir leid, deswegen, weil ich das wieder wegmachen habe. Ich habe übrigens alle deine Videos gedisliked und zwar zweimal. Das ist ja merklich wütend. Warten wir ganz kurz, bevor du es weg machst, ich mache es aber weg. Bevor du es weg machst, ich möchte es erst mal sehen. Okay, dann seh dich mal auf deinem Kanal die Videos an. Ich habe jedes Video zweimal gedisliked davon. Selbst die Streams? Ah, aber ich zumindest, wenn du seitdem keine neuen Lokuladen hast, halte ich das total ab. Ah, ich, äh, keine Ahnung. Ich mache das aber gleich weg. Marvin, du hast doch nie Ahnung. Nein, ich weiß es. Aber du hast, was du verpasst hast, du hast mir Dislikes gegeben. Du hast auch verpasst, dass ich trotzdem, äh, Views dafür bekomme. Hab ich ja. Ja, mit denen wenig Videos kommt nicht viel. Aber jetzt, ich mache es jetzt gleich weg, ist es okay? Äh, ja, kannst du machen, kannst du jetzt gerne machen, aber... ...da sind auch zwei andere Dislikes. Ja, Marvin hat auch gedisliked. Ja, wenn man so... Sorry, was muss ich dir jetzt einfach mal sagen? Ich mache es doch gleich weg. Guck mal, oder? Ich muss, nein, natürlich nicht zweimal. Ich, also, so viel Zeit hat mir dann doch nicht genommen. Hallermatt hatte ich ja viel Zeit genommen, aber ich nicht. Ich habe auch noch was, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Keine Ahnung, wir haben irgendwie so ein bisschen gelabert und dann. Ach nee, und schauen wir doch mal bei den Kanälen, wobei, bei denen wir ein bisschen Disliken können. So, ich habe gerade auf, äh, auf einen Kommentar von mir, ähm, also einen Kommentar, äh, gerade gedisliked und, äh, hat einen Kommentar dazu geschrieben. Muhahaha. Wolltest du mit mir? Hallo? Wie, wer hat da Muhahaha geschrieben? Wer hat das denn geschrieben? Ich habe auch nur sieben Abonnenten, hatte ich nicht mal acht Abonnenten. Abonnenten verschwinden sehr schnell wieder, Dovakin. Das ist mir auch. Ja, ich meine, du bist schon. Guck mal, Dovakin, ich hatte auch schon mal 39 Abonnenten, jetzt habe ich wieder nur 37. Und Mario schon mal 49, äh, glaube ich, jetzt hat er wieder nur 45. Ja, 48, aber jetzt hat er, hast du wieder, ne, 46, ne? 46, ne? Ja, aber, das, die kommen und gehen, die Abonnenten, gewöhnen dich dran, ist normal. Richtig schlimm. Ja, ich weiß. Du bist zum Beispiel auch schon wieder von mir gegangen, deswegen, ja, ist halt so. Äh, harte mal. Ah. Wenn du noch Zeit hast, dann können wir noch ein bisschen harte, noch nicht, komm gerade eh nicht weiter. Also, meinetwegen, wir können gerne Portal streamen, wenn du das willst. Ja, das ist meine große Frage an dich. Boah, wir stehen geblieben beim Portal streamen letztes Mal. Weil, irgendwann mal in dieser einen komischen Map-Serie, äh, da, ja. Das ist aber irgendwo, ich bin da fast. Irgendwo im Nirgendwo, aber in irgendwo, im Nirgendwo. Das ist mitten in der Map oder am Ende einer Map, das wäre die eine Sache, die mich interessiert. Ja, da komme ich ja nicht weiter und das wird ja gespeichert, was ich mir, wenn ich war. Oh, nein. Warum zur Hölle musste ich bloß eben über Abonnenten reden? So, ich bin wieder ganz leid da und denke mal, warum ich so wenig Abonnenten da, Mann. Na gut, äh, ich glaube, ich wechsle das Spiel. Ja, ich weiß, ich bin in der Beziehung ziemlich schlimm, aber trotzdem. Ich wünsche einfach manchmal mehr Leute würden zusehen. Das ist, dann noch eine Stunde, dann wäre ich ja niemals drauf gekommen, dass wir jetzt Portal spielen, echt. Zumal du es eben schon dreimal gesagt hast. Wiederholer. Wiederholer? Lol. Ey, man denkt, das Spiel war echt nur 50 Minuten. Nice. Also, okay, ich stoppe dann kurz den Stream, damit ich den als abgeschlossen werden kann, und dann würde ich dann ins nächste Video starten. Also, bis gleich.